Die Versorgung mit Gas erfolgt weltweit durch sichere Rohrnetze. Bauarbeiten im Leitungsbereich sind jedoch mit Risiken verbunden. Trotz aller Sorgfalt passiert es, dass Rohrleitungen bei Aushubarbeiten beschädigt werden. Gas kann unkontrolliert ausströmen. Eine kritische Situation, die jedoch mit dem Pipelife-Gasstopp vermieden werden kann. Spulen wir zurück. Jetzt schützt der Pipelife-Gasstopp, ein automatisches Schnellverschlussventil, die Gasleitung. Und wieder wird die Leitung beschädigt. Innerhalb von Sekundenbruchteilen schließt der Pipelife-Gasstopp zuverlässig und verhindert jeden weiteren Gasaustritt. Die Funktion im Detail. Bei Normalverbrauch ist der Pipelife-Gasstopp gesichert in offener Stellung. Wird die Anschlussleitung beschädigt, erhöht sich der Durchfluss schlagartig. Der eingestellte Grenzwert für die Durchflussmenge wird überschritten und das Ventil schließt. Der Pipelife-Gasstopp bleibt geschlossen und wird erst nach der Reparatur des Schadens wieder aktiviert. Dazu genügt ein einfacher Druckausgleich zwischen An- und Abströmseite. Sämtliche Komponenten des Pipelife-Gasstopp wie Schließelement, Strömungskörper, Dichtungen und die Feder sind mit allen herkömmlichen Brenngasen wie zum Beispiel Erdgas, Wasserstoff oder Flüssiggas kompatibel. Seit 1991 sorgen mehr als 10 Millionen Pipelife-Gasstopp Sicherheitsventile in weltweit über 40 Ländern für das entscheidende Sicherheitsplus in Gasversorgungsnetzen. Mehr Informationen zum Pipelife-Gasstopp finden